Wer von den Backstreet Boys hat mit mir vor langer Zeit im Kirchenchor gesungen? Die Antwort bekommt ihr spätestens in ein paar Minuten. Und die Antwort ist... Mein eigener Cousin, Kevin Richardson. So, wenn ihr es wusstet, hurra! Und jetzt könnt ihr weiter Bravo TV gucken. Hooray, and you can continue to keep watching Bravo TV. Blackstreet Boys, und das ist unser zweiter Tag auf Maui. Es wird heute bestimmt ein schöner Tag. Und wenn die anderen Jungs jetzt bald fertig sind, geht's endlich los. We'll start our lovely day. Mh, wie schön. Marv mit Schokolade. Die sind sehr gut. Bravo, die Topic Sips sind sehr gut. Mh, mh. Wir fahren jetzt zu dem sogenannten Blow-Ho. Frag mich nicht, was das ist. Ich hab wirklich keine Ahnung. Boto, wau. Jetzt geht's an anderen Location. Und ihr fahrt mit uns. Bis gleich. Die Fahrt führt die Boffs in den Norden Mauis. Dort angekommen, lassen sie sich erst mal den frischen Küstenwitz um die Ohren pusten. Ich wünsche mir, dass ich es nicht mehr sein könnte. Can you see me? Könnt ihr mich sehen? Will mich ganz weit runter zur Kamera beuge. Ist da gar kein Wind mehr. Kein Wind. Lots of wind. Flachwind. Kein Wind. Lots of wind. Ich zeig euch mal, was ein richtiger Tagsteiger ist. Ich bin jetzt nass geworden. Ich finde, es ist hier wunderschön. Wirklich. Einfach unglaublich. Tritt nicht auf die scharfen Felskanten. Dieses Geräusch macht es. Das vulkanische Gestein sieht es dort aus, als wäre man auf einem anderen Planeten. Auf dem Mars oder so. Ortswechsel. Am frühen Nachmittag steht ein Fototermin mit der Bravo auf dem Programm und die Backstreet Boys entpuppen sich als wahre Harley Freaks. Als wir noch in New York wohnen, hatte mein Vater ein paar eigene Harleys und ich bin damals auch mitgefahren. Ich kann mich zwar nicht so genau daran erinnern, aber ich würde mir auch gerne eine kaufen. Nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, geht es nach dem Schunding aufs Spielfeld. Ryan spielt für seine 22 Jahre recht gut Basketball. Ihr könnt das auch. Jetzt spielen wir erstmal. Die richtigen Schuhe braucht man. Wir arbeiten so viel und da ist es wichtig, auch immer nur gemeinsam Sport zu treiben und ordentlich Quatsch zu machen. Schließlich geht es bei uns um Freundschaft. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. als Karni-Kapitän an. Hast du das schon mal gemacht? Nö. Einmal ganz alleine. Online, mein Karni. Auch die wunderschönste Reise geht einmal zu Emzen. Das war unser zweiter Tag auf Maui mit Bravo Tepau. Und zum Abschluss gibt's eine kleine Kostprobe aus einem unserer neuen Songs. Mäuui, wir lieben dich. Auf Wiedersehen. Was mein Mann macht? Komm her, Mann. Hi, Mann. Hi, Mann.